Na ja, also, hallo, Herr Zahler, liebste Prinzessin, und ich, hier spricht, ja, ich, und ich bin hier mit. Sag Hallo, Niki! Ja, weil das Schuljahr endlich zu Ende ist, mussten wir raus aus unserer letzte Wohnung abräumen, ich weiß nicht. Aber na ja, wir, also, haben wir eine neue Wohnung vermietet. Scheiße, ich kann kein Deutsch mehr. Na ja, also, weil ich dir noch nicht ein Paket geschickt habe, dachte ich, ich würde dir ein kleines Video machen und zeige dir unsere neue Wohnung. Also, ja, also, um anzufangen, Herr Zahler. Sag Hallo, Niki! Sag Hallo. Ja, echt interessant, finde ich. Ja, na ja, okay. Dieses Video wird schnell total bescheuert, also mache ich weiter. Also, hier ist der Sessen, in dem ich gerade gesessen habe. Na ja, na ja, und das ist das Sommer, auf dem ich gerade sitze. Und, also, ja, und, scheiße. Es tut mir echt leid, wenn dieses Video richtig scheiße ist. Aber, na ja, und da ist mein Fahrrad, das ich heute nach Colombien gebracht habe. Aber, wie du siehst, ist unsere Wohnung, ja, ist natürlich ganz leer. Und, ja, die Wände sind eher cream-colored, was ich, ja, langweilig finde. Und, ja, nichts Interessantes hier. Äh, ein Limonade- und Tabasco-Lighter-Messer. Ja, ich weiß schon, shut up. Okay, und hier haben wir die Kirche. Ganz... Größer als unsere letzte, aber es geht schon. Ja, wie du siehst, sind da dirty dishes. Und, nix, Beezer's Cup. Ja, wir sind gerade von Beezer's Cup, und das ist so ein sub-restaurant. Ich weiß nicht. Ja, ja, you basically just get, ich weiß nicht, was subs sind da. Aber, da sind wirklich gute subs, da. Ja, wenn du immer kommst und visitst, wir gehen da. Anyway. Oh, ja, und dann, like, next to, what are you doing, Nick? What are you doing? What was that? Do them again for the video camera. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Der will nicht mit reden. Du bist richtig scheiße, huh? What? Du bist richtig scheiße. No, no, don't. Don't get up. That's okay. That's okay. Anyway. Also, ja, und da unten neben Jesus steht ein Club, das heißt 803. und ist ja... bad. Vielleicht, na, weiß nicht. But yeah, it seems like people get shot and stabbed there a lot. Not a good place. Ja, vielleicht kann ich das dir zeigen, aber weiß nicht. Ja, du siehst da unten, wo die Lichter sind. Das ist 803. Die, ich weiß nicht, ob du das auf dem Bildschirm lesen kannst, aber lesen kannst du. Scheiße, ich kann nicht wählen. Aber wo es drauf steht, Bank of America ist 803. Und ja, das ist ein richtig shady club. Not a good place to go. Lots of black people, women, lots of drugs and lots of getting shot at. I wouldn't recommend going there. But yeah, actually, I don't know, maybe you can see. you can see some. It's kind of, I mean, it's nighttime, aber so, ja, da ist die Skyline von Kolumbia. Oh, okay, that's my computer screen. There's the Skyline. Das Gebäude, das du da siehst, ist das Burns Building. Und das ist eines von oder eines von der Universität. Ja. Also, hier ist ja, unsere Badenzimmer. Ja, eigentlich interessant. so. Anders als Beispiel. Weiß ich. und hier ist mein Schlafzimmer. Nicht so klein. Und auch hab ich Zeugnis. You can't see out there for the condensation, but you can see out this one and it has pretty good view. If I can get my lamp out of the way. Ach, scheiße. Ja, also das ist das Burns Building und du siehst immer in der also und ja naja und was haben wir noch hier? Und ich werde ein paar Fotos auch im Video Scheiße. Halt hier. Auch im Video mitteinfügen. I think that's the right word. I don't know. Ich kann kein Deutsch mehr, wie du siehst. Ich mach gerade zwei große Kurse im Sommer und my brain is really fried because of it it's not good. But yeah. Also ja, das ist das Schlafzimmer von Nick. Richtig nicht in Ordnung. Und ja, das ist unsere neue Wohnung und ich weiß, dass das so interessant war, das alles zu sehen. Aber ich wollte das mit dir teilen. Also ja, also was hast du zu sagen, Nick? Nick macht auch selbst Deutsch, wenn er eine Fremdsprache studiert wird. Das oder Chinesisch, aber wenn er Medizin studieren möchte, muss, ja, oder wäre es besser mit Deutsch, glaube ich. Don't you think, Nick? Sure. German would be better than Chinese for medicine. Okay. also ja, das war unser Wohnung. Du kannst mich nicht aufziehen. Also ja, und auch habe ich, oder möchte ich dir benachrichtigen? Nee, du musst warten. Und eh, Englisch, mit Englisch, ja, das wäre besser. Jetzt, weil ich es schon mit nacht ist. Und ja, anyway, so, I have some good news, Nick, I have good news für blaue Prinzessin. I have actually started your packet and almost finished it. and I will send it, I will send it, I will make it my admission, you can see it in my eyes. Wait, what? Huh? Ja, ich schon neun monaden, acht monaden, ja, ich bin, ich mach mir ein richtiger Scheißbrief, Freund. Aber ja, I will send your packet in August. I will, I promise you. Because, I feel really bad, yeah, but it doesn't going to be a really big packet too because it's going to be your birthday and your Christmas present. That, 100%, because, yeah, I thought it was solved with an university. Anyway, so, yeah, well, just want to let you know that, and also, I also started preparing your Christmas packet for this year, so, it'll write one time. but, I was only, and I'll probably send you some pictures from Master's to shoot you and maybe some video. We'll see, but, yeah, I'm leaving for Master's probably in about 10 days, so, yeah. Anyway, I know that this hasn't been the greatest video. Nick, what do you think? Yeah. what do you want, Alec? No. So, yeah, anyway, just want to check in and say hello. So, yeah. look into the camera, Nick. Look into the camera. Good boy. That's a good boy. Come on. I said hi. Now say hi. As well. Ciao. Happy new. So, like I said in the video, I'd send you a few videos, I mean, not the pictures, pictures, pictures. Can you tell it's late here? I think it's 3.30 in the morning it looks like. Yeah. But, hey. Anyway, I'm going to send you a few photos in the form of a slideshow in the video. You know, just so I can see what's going on. Photos from since the last time I've sent you photos for video. Which, I guess, was probably the last apartment tour video, I think. I don't know. Anyway, I'm babbling. So, yeah. But, so yeah, I'll just put together a little slideshow and hope you enjoy. Also, fish, fish, I've got an expression. Mmm. It's college. Also, viel Spaß beim Anschauen und ich halb dich ganz toll lieb und sagen allen allen oh, scheiße. Sagen allen für mich hallo und ja. Also, viel Spaß beim Anschauen und ich halb dich lieb. Ciao, umsessen. Ich halb dich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020